Warum sollen Wirtschaftsminister zurücktreten, wenn er in viereinhalb Jahren einmal eine vernünftige Rede hält? Herr Aiwanger und liebe Freie Wähler, liebe CSU, hier haben Sie den Beleg für die Thesen, die ich vorhin gerade aufgestellt habe. Wenn man die Geister ruft, dann sind sie da und am Ende wählen die Bürgerinnen und Bürger das Original. Das kann doch nicht im Interesse von anständigen Demokratinnen und Demokraten sein.